Es sind 106 Meilen nach Kassel, wir haben eine volle Flasche Ramune, ein halbes Päckchen Bretz, es ist Samstagabend und wir tragen Dual-Discs. Zwei Otakus in dummer Mission. Alpha Hosing hat uns die Rate erhöht, die wollen jetzt 5000 Euro. 5000 Euro? Wie viel Editha da sind das? Ich will nichts von eurer Blasphemie werden hören. Kohle muss Montag überwiesen sein, sonst drehen wir uns die Server ab. Mit einer noch dümmeren Idee. Die Crew! Die Crew zusammentrommeln? Das wird nicht leicht, die haben jetzt alle seriöse Jobs. Level 75? Bis morgen? Ja, das wird was. Oh nein, wir bringen die Crew wieder zusammen. Tor 3! Bitte auch. Boah, Edi, du bist zur Dummtour 2009, das dürfen sie nicht verpassen. Toll, ich wollte schon immer von TNS-Fans auftreten. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Mann, ist das hier überteuert. So, Suke! Akazuki-Cosplayer. Ich hasse Akazuki-Cosplayer. Verdammt, nächstes Jahr wieder Blitz. Wer ist diese Frau? Ihr seid ja schon wieder stotzbetrunken. Ich nehm dir jetzt den Alkohol weg, Over. Und dir auch, Edi. Gefahr, der wird nach einem Fortschauen-Party-Van. Wir bitten Verstärkung. Der Einsatz von Killerspielgewalt zur Ergreifung der Crew Brothers wurde genehmt. Seid ihr offiziell? Nein, wir sind inoffiziell. 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 Vielen Dank.